Ich bin Paul, Lehmann, 24. Ich bin Schauspieler. Workshop in Basel. Ratten. Nichts Besseres als Tiere. Ungeziefer. Allesamt haben nichts Besseres verdient. Ich bin Paul. Paul Lehmann. Mein Name ist Paul Lehmann. Ich bin 24 Jahre alt. Mein Hund heißt Orpheus, Hamburg. Morgen gehen wir nach Hamburg. Auf die Bühne. Wärter. Kriegsgefangenenlager in King Gala, Ruanda. Schon seit drei Tagen. Sie werden mich prüfen. Ich bin bereit. Paul Lehmann. 24. Gefängniswärter. Also, das war schon eine echt krasse Performance vorhin. Ich meine ja nur, wenn du das morgen genauso auf der Bühne bringst, dann echt Respekt. Das nenne ich dann mal Unterhaltung. Das ist unterhaltsam. Wir saßen alle total gefesselt da. Das war der absolute Wahnsinn. Er hat geblutet. Ja, aber das war ja nur eine Übung, Mann. Ich war... Und der ist ja Kampfsportler. Ne? Kriegt er sowieso ständig auf die Fresse. Und ihr habt alle nur zugeschaut. Alter, was ist jetzt los mit dir, ha? Du hättest ja jederzeit aussteigen können. Ich bin... Und ja, ich weiß, du warst in deinem Element. Das ist mir schon klar. Ich bin kein Unmensch. Das weiß ich doch, Mann. Aber genau das war ja der Sinn der Übung. Du hast die Macht über die Situation. Deine Willkür bestimmt sein Leben. Zögere nicht. Ein Schwein kann man schlachten. Und eine Kakerlake kann man zerdrücken. Die Welt destraft nur die Machtlosen. Du. Du warst das. Du bist die Regisseurin. Ich mach, was du mir sagst. Aber ich wollte das nicht. Ich will das morgen wieder sehen. Ich hab einen Menschen verletzt. Ist dir das egal? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass du das in dir... Das hätte niemand erwartet. Alter, das war der Hammer. Der Hammer. Zugeschlagen hast du. Geil. Mitten ins Gesicht. Ich blute immer noch. Ist das nicht geil? Das war so intensiv. Ich hab das noch nie so echt erlebt, Mann. Das war dann das erste Mal in seinem Leben. Das Leben geht einfach aus. Verkauf uns aus, 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 aus. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin ein Schauspieler. Untertitelung des ZDF, 2020